Oder bugt da? Wer bugt? Ne, er steht. Nice, nice. Bei mir ist er rüber gegangen. Ich glaube, der hat nen Schalli drauf, alter. Oh ne, ich wüsste ich gleich. Der M4-Typ könnte noch hier sein. Der M4-Typ ist über uns. Ja, ich hab ihn gehört. Nice. Noch einer da sein. Ja, einer von denen hat sich auch gerade ausgelockt. Tony, wo rennst du? Er kommt wieder. Bin in Cerno. Ich glaube, er hat die Verbindung verloren. Kann sein. Ah, geiles Lampen. Soll nicht. Ich bring jetzt gleich erst nach in der Brücke. Hast du ihn gesehen? Nee, aber ich hab ihn laufen dran. Jetzt müssen wir aufpassen mit Granaten drin. Einer wirft, komm ich gleich zurück. Dann musst du mich abdecken. Naja, klar. Ich könnte mir vorstellen, dass die noch ein oder zwei Granaten haben. Oder wenn wir so eine... Verspring irgendwie. Stimmt. Oder... Naja, kann sich nicht aus dem Fenster schmeißen. Ich hoffe nicht. Oben weiß ich nicht. Tür geht auf. Über mir links. Noch eine Tür aufgemacht. Ja, bestimmt. Naja. Oeski kommt auch bald. Naja, die kommen alle wieder. Lass mal gucken, wie lange wir... Da oben wohl springen können. Ist doch alles easy. Ist doch einer da. Der mit der M4. Ja, ich bin im Jammer gespawnt. Sehr gut, Dikler, du weißt Bescheid. Ich brauche aber erst was zu essen. Dann gelaufen. Gemeinsam dann dahin. Highloot hier, Highloot. Achtung, rechts rüber ist einer gegangen. Da oben. Weißt du was ich mal probieren kann? Ich kann immer nach rechts rüber laufen. Oder rüber gucken, sodass er meinen Kopf sieht. Ja, ja, warte, sie hast gesehen. Er guckt, er guckt. Guckt um, ich komme, ich komme. Granate. Boah, fuck. Will da bleiben. Wohin hat er geworfen, da unten. Will da bleiben. Hat er von unten geworfen oder von... Von der Treppe, von der Treppe. Er guckt, er guckt. Er guckt, er ist rechts. Boah, knapp, Alter. Ich habe es gerade noch gesagt. Nächstes Mal hole ich ihn, wenn er schmeißt. Ich gehe mal hinter die Mauer. Also, ich gehe hier hinter die SGE. So. Ja, so wie ich vorhin. Gut. Noch mal schmeißt. Ja, kann nicht so gut werfen. Jetzt muss er ziemlich weit vor, wenn er noch mal weit schmeißen geht. Dann wird er schließlich nicht schmeißen. Da steht er immer noch rechts an der Ecke. Rechts steht er. Ja. Gut. Weißt du was? Ich störe einfach mal ein Stückchen nach vorne. Ja, ja, ja. Nicht, dass er noch mal schmeißt. Denn hier unten kann es hier recht wenig passieren. Alter, wenn der noch eine Galata hat, dann hast du dich aus. Nicht, dass er, dass das so blöd ausgeht wie beim Tone. Ist aber schade. Sie klar. Jo. Kette 3. Keine habe ich noch geworfen. Ja. Wo bist du? Am Ende vom Hafen. Bei den Häusern. Ja. An der Kirche. Gleich. Ja. In der Kirche. Gleich. Ja. 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 Ich könnte. Ein Stück nach vorne laufen. Da schnell nach rechts einbiegen. Und dann guckt er raus. Und dann wird bestimmt auf mich dann schießen. Und dann musst du schießen. Wollen wir das mal probieren? Ja. Ich komme weg. Könntest du aber dauern. Weil die ersten zwei Türen auf der rechten Seite zu sind. Und nur die beim Dittler offen ist. Was? Fuck. Die sind tatsächlich zu. Hier gehen wir in den neuen neuen neuen. Hat er gerade geschossen? Ja. Der hat auf dich geschossen. Weil du hin und her bist. Solange wir keine Metzchen machen, da hinten sind wir relativ sicher. Ja. Komm, gib auf. Komm, gib auf. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Ja. Gib auf. Gib auf. Ach nee, da war ich gerade drin. Schnell dich. Ja. Ja. Ja, da war ich. Ja. Ja. Ja, die zwei, die zwei zwei verheißer aus. Können wir gleich weiter vor Rasen. Wenn der die Granate geschmissen hätte und jemand anders, der noch gegenüber gestanden hätte, hätte ich beim Rennen abschießen können. Das haben sie nicht gut gemacht. Als du gelaufen bist, wollte ich erst mal aufschießen. Dann habe ich erst im letzten Moment gesehen, dass die Hand so aus... Ja, ja, ist es gebrochen. Sobald er nichts in der Hand hat, hier wirft jemand irgendetwas, der User joined your channel. Achtung, ich bin noch auf, ich bin hier in der Hand. Ich schieße auf meine Hecke, ich weiß, wo ich sitze. Du bist denn jetzt abgehauen? Du bist denn jetzt abgehauen? Äh, Eisberggesteiger-Ax. Wie geht's denn? Ja, 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 ja. Raza around the house... Ich kann leider auch nichts werfen... Nichts drin hier zum... Obwohl, warte, ich... Die Baracke. Da ist dein Spray drin. Nee. Bumbojacke Wenn er liegt, dann ist das eine Flashback Vielleicht kann ich ja noch was Scheiße, nichts Ne? Vielleicht Schößen-Magazin 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 für die Carabiner Liegt ein Carabiner? Ne, für ein Schößen-Magazin Oh Besser wie nix Auto oder was? H-74 Bitte? Noch eine H-74, aber keine H-Karte, ne? Geht hier Kein so ein Magazin Haps, habe ich bereits hier Ne, ich brauche es nicht, behalte sich aber noch Kein Carabiner Ja Warst du eine Säge zufällig? Nein, ich habe nur die Axt Und ein bisschen was zu essen Und aufpassen, ne? Ja Weißt du, was man machen könnte? Ne Dass einer langsam vorgeht Und dann steht die ganze Zeit auf seine Ecke Aber Dann wird wahrscheinlich einmal drum herumlaufen Von links kommen Das können wir höchstens machen, wenn wir die ganze Geschichte stürmen wollen Hast du vorher irgendwann getroffen, oder nicht? Ja, dann weiter hin Wenn wir hier raus haben Ich bin wieder da Dann gucken wir mal Gedeckt worden Niklas, wo bist du gerade? Hinter Cerno Niklas? Menü bin ich Wo bist du? Auf der Insel Jaja, ich bin oben in dem Pri Also, man kann ja oben so, wenn man in das Prisoner hoch geht So links rein, links so Auf die Mauer gehen Ja Ja und da bin ich also kurz vor der Mauer Ich weiß nicht, ob man auf die Mauer gehen kann Auf jeden Fall kann man so links rum gehen Siehst du in diesen kleinen Durchgang? Ob er links oder rechts steht? Ich müsste jetzt erstmal wieder rein schauen Ich wollte euch fragen, ob ihr wisst, wo wir ungefähr sind Weil nicht wer jetzt hier rein schauen, dann sterben will Weißt du noch, wo der blaue Stand Den du gesehen hast? Da steht einer, links oder rechts Also du bist erstmal Geschützt Oh ja komm, ich weiß einfach Ich hab eh kein Also Komm einfach rein hier Du hast ja Wenn du verstanden hast, was du meinst Ich glaub er hat oben die Tür aufgemacht Pack ich will den scheiß Charlie haben Scheiß auf Charlie später vielleicht Naja, ich werd ja nicht riskieren Aber Bock hätte ich trotzdem Naja, ich weiß nicht, ob der M4-Schütze jetzt noch da vorne rechts sitzt Rechts oder links Auf jeden Fall Auf jeden Fall Für einen von euch haben wir schon meine 74 geklappt Der Mauer ist da drüben? 1.01 Ich hab grad nen Trinkenbackel irgendwie Ja Ich bin hier auf meine Richtung geschaut Die Fenster Also ich seh von hier zumindest nicht Ich kann jetzt nochmal versuchen Ich weiß nicht, ob ich noch einen höher gehen könnte Das wär natürlich Charlie Du müsstest auf die andere Seite gehen Dann könntest du Eventuell unten rein schießen Wenn du auf der rechten Seite Auf so einen Durchgang Es gibt so einen Durchgang Von dem einen Track zum anderen Da kannst du von da aus Kannst du mal gucken Es gibt einen Innenhof Und dann gibt's noch so einen Durchgang Warte mal, warte mal Also ich bin jetzt in dem einen Gefängnis oben Und ich kann so seitlich in den Eingang reinschauen Von hinten So, das steht da Das ist aber innen drauf Das ist natürlich Er ist 100% links oder rechts Markus 100% Wo er gerade auf mich geschossen hat War noch rechts Wie viele sind? Das sind ja noch 2, ne? Einer Einer Nuno Ja Hat er noch einen gefistet So Wieviel sind jetzt auf dem Server? Ganzen Spacken sind drauf Aber die werden erstmal herlaufen Von den GDC sind's jetzt noch wieviel hier? Ja Ja Wieviel sind hier auf der Insel? Ich hab einen AK Einer nur noch Einer noch Hier bei mir liegt ein AK Ich hab noch einen TV Aber ich komm gleich Einer nur noch Markus Okay Von einer Treppe oben Weil's der anderen nicht schon rüber geschwommen sind Ja so schnell geht's nicht Ich hab noch etwas Ich hab noch etwas Vielen Dank.